Yo, servus und willkommen hier zum weiteren Unboxing Video hier bei Counter-Strike GO und wir befinden uns heute nicht auf irgendeiner Seite, sondern werden das ganze hier klassisch über Counter-Strike quasi vornehmen und zwar habe ich mir vier Hutman Waffenkissen gekauft und dazu natürlich die Falkenkiste, dort wo ich mein erstes und einziges Knife rausgezogen habe und ich dachte mir werden einfach hier das ganze Unboxen. Das heißt, wir werden hier ein Unboxing im Wert von 10 Euro sein und schauen, was dabei rumkommt. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Allerdings bevor wir loslegen, wie gesagt, denn manche schwören ja immer drauf, den Schlüssel zu nehmen und dann eine Kiste auszuwählen, machen wir dasselbe natürlich jetzt auch. Hier in der Hansen-Kiste kann einiges Schönes drin sein, deswegen war die Kiste auch nicht ganz so günstig, wie ich am Anfang dachte. Zum einen natürlich der Tomek, dann die Vulcan und natürlich das Jagdmesser. Ich meine, das sind auch ein paar andere Schmuckstücke drin, aber die, wo mich mitunter anderem natürlich sehr berühren würden. Und ich würde einfach sagen, fangen wir an mit der ersten Kiste und schauen, was dort rumkommt. Oder rauskommt, besser gesagt. Ja, da ist zumindest mal hier ein Pinke vorbei und wie hat das die Statrack? Nein, wir nicht die Statrack. Das wäre die P90-Modul. Ganz normal, ganz klassisch. Ja, mein gut. Erste Kiste, da können wir ja noch nichts zu erwarten. Von daher gesehen, hauen wir rein und werden jetzt hier die nächste Kiste öffnen. Im Endeffekt, wenn wir alle vier Kisten öffnen, von daher gesehen, ist es eigentlich relativ wurscht, welche Kiste wir aufmachen werden. Und welche nicht, oder zuerst, mit welchem Schlüssel. Ich glaubte nicht wirklich dran. Ja, genauso die Sache mit dem Reiben. Natürlich war es in dem Moment, wo ich das Messe rausgezogen habe, natürlich genial gewesen. Aber, ähm, war wahrscheinlich nur Zufall. Obwohl, man weiß es ja nicht. Na ja, schauen wir, was mal umkommt. Es wird wie in den Tech-9-Isaac. Ähm, die erste war ja relativ eine schlechte, äh, Verfassung. Auch die ist hier mit ein paar Scratches. Ähm, würde ich sagen, dürfte auf jeden Fall verfühltestet sein. Ähm, aber will ich mich nicht festlegen, ihr habt es ja letztes Mal gesehen, das ist bei mir immer so eine Sache. Das ist nicht so hundertprozentig sicher. Von daher gesehen, ähm, haben wir noch eine Hans-Fank-Kiste und eine Felkenkiste. Und ich würde sagen, äh, wir werden weiter mit der letzten Hans-Fank-Kiste machen. Und das Gute heben wir uns natürlich, äh, für den Schluss auf oder eben bei dem Messer, was am Ende wieder auskombiniert. Ähm, ja, bis jetzt haben wir nur Blau-Sachen rausgezogen. Es ist, ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, sehr, sehr, sehr traurig. Und da haben wir jetzt die Galil-Aer-Stat-Track-Kami herausgezogen, da gibt es auch eine sehr geile 5-7 von. Ähm, muss ich sagen, äh, gefällt mir sehr gut. Auch die, äh, Galil-Aer-Stat-Track-Kiste ist auf jeden Fall geil. Aber es hat nichts, nichts, ähm, von Wert. Es ist, ähm, ja, das ist eigentlich was wertvoll ist. In dem Fall ist es Stat-Track. Ähm, haben wir auf jeden Fall wieder von den vier Kisten wirklich nur vier Mist, äh, viermal Mist herausgezogen. Ähm, wir können alles einfach anzeigen. Also hier einmal Einsätze erprobt, einmal abgenutzt, einmal Einsätze erprobt und einmal Einsätze erprobt, ähm, lasst mich übersetzen. Schrott, 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 Schrott. Aber es ist es nun mal, man kann es sich nicht wünschen. Wir sind nicht hier auf dem Konzert, wo wir das Ganze hier natürlich, ähm, uns herbei wünschen können, sondern es ist halt einfach random. Es ist halt einfach Glück, es ist halt einfach Zufall. Und, ähm, ja, holen wir das Messer jetzt raus bei der letzten Box und dann sind wir alle glücklich. Aber ich zumindest, ähm, na, bin die Farmers, äh, äh, Neural Net. Ähm, ja, ist ja schick oder nicht. Und auch die ist extremst abgenutzt. Extremst abgenutzt. Ähm, sieht so aus, ob ich, keine Ahnung, drauf geschissen hätte. Ähm, und versucht hätte es wieder abzukratzen. Und da, zack, Einsätze erprobt. Es ist einfach nur schlecht. Aber, wir können natürlich hier das Ganze mal, ähm, aufhören, nämlich, ähm, ja, das Gelumpst aus dem Moment aus. Krieg natürlich, äh, wie der eine oder andere sich vielleicht aufregen, du kannst die Waffen noch nicht da rein tun. Ich, äh, muss sagen, ich kenne mich hier nicht aus, in was für eine Konsole ist das, äh, Konz, äh, ja, wie sagt man da, in was für eine, ähm, Zusammensetzung man das Ganze hier reinladen soll. Äh, das, was gescheites bei rumkommt. Ich denke mir, halt, ey, man, du hast zehn Waffen, Donnerst einfach rein. Ähm, so ist meine Vorgehensweise. Ähm, die muss ich sagen, finde ich relativ schick. Deswegen behalten wir die, finde ich auch schick, die ist auch ganz gut. Die Autosnäger, wenn ich mal ganz ehrlich, wer schmielst du von uns? Äh, keiner. Und, ähm, ja, komm, gucken wir das zumindest da, hier eben was rauskommt, was einigermaßen uns, äh, zufriedenstellen könnte. Ähm, wäre natürlich mega, 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 mega geil, aber, ähm, ja, schauen wir, was da rumkommt. Äh, zehn haben wir, und da ist die Waffe, es klingt zumindest lang, lang. Äh, ist in diesem Fall nicht gut. Äh, es ist die abgesickte Schrift von, äh, Highwayman. Und, äh, das war's auch gewesen wieder. Was haben wir? Einzelserprobt, klar, wir haben ja auch nur, ähm, mieses Zeug reingesetzt. Ähm, da können wir auch nicht erwarten, dass gutes Zeug bei herumkommt. Gut, das war's auf jeden Fall gewesen hier zum Unboxing-Video, äh, rund um Counter-Strike wieder. Ähm, ihr habt's gesehen, es waren fünf Kisten, war wieder nichts drin gewesen. Ja, ähm, mittlerweile ist es schon so weit, dass ich mir eigentlich hätte ein gutes Knife selber kaufen können. Aber gut, ich meine, ganz ehrlich, wir sind mir ganz ehrlich, das geht uns genauso wie bei den Überraschungseiern. Ich meine, die Überraschungseierfiguren könnte man auch, äh, auf dem Flohmarkt oder im Internet kaufen. Aber da ist halt die Spannung nicht da. Von daher gesehen, ähm, werde ich das auf jeden Fall weiterhin machen. Ähm, vielleicht allerdings nicht diesen Monat, sondern vielleicht erst wieder nächsten Monat. Ähm, ich bin jetzt erstmal raus. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und vielleicht, äh, werden wir doch das eine oder andere Knife zusammen wieder herausziehen können. Bis dahin. Ciao, ciao.